um hey leute und herzlich von zu uns leben der menschen das ist jetzt kein leicht geht der bleibt kommt sagt sondern um und woanders weil ich sei so ein kleines Problem hatte mit meinem Headset es wurde nicht an da muss ich das halt jetzt noch mal neu nicht aufnehmen sondern kommentar das Spiel wie die Map Sanatorium ich speilere nicht viel da gehen wir jetzt eben kurz in den Raum das ist schon die erste Seite da ist keine Seite zumindest habe ich jetzt keine drehen wenn ich zweimal hintereinander gesehen habe bin ich dumm dann müssen wir gleich die zweite Seite finden ich weiß gerade nicht genau wo ich glaube hier war die zweite Seite da ist die zweite Seite wenn ich überhaupt viel weiter raus eben gesprungen fand ich irgendwie dumm aber gleich wird was lustiges passieren vielleicht packe ich da gleich noch einen Ton drauf und das ja das ist das das ist fand ich auf jeden Fall nicht cool und ja habe ich erst mal gerade weil ich sprachlos, was das kleine Man wieder gemacht hat und da spiele ich noch eine zweite Runde, weil die erste ja so schnell rumging und da schon mal die erste Seite da halt ich sogar ein bisschen länger durch und natürlich könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich irgendetwas übersehen habe da habe ich so dumm ich mich gegen den Tisch geräumt da hatte ich da schon die zweite Seite wenn ihr meine echten Emotionen gesehen hättet also meine Reaktion Alter ihr habt jetzt euch so kaputt gelacht ich habe ja sonst nur Slender oder The Arrival die beiden ohne Kommentar und dann auch noch halt vor meinem Slender Spiel da gucke ich den Slenderman zweimal an keine Ahnung wie ich das gemacht habe fand es einfach lustig mal da hin zu gucken und da kam wieder der Effekt da war richtig gesehen, wie ich zu weggezogen habe weil das hat mich schon erstreckt und ja und da hatte mich schon wieder auf und damit will ich dann auch damit will ich dann jetzt auch sagen ich hoffe es hat euch gefallen und und lasst ein Like da teilt das Video schreibt einen Kommentar oder macht dann mit dem Video was ihr wollt außer runterladen das ist böse und und dann will ich auch schon mal sagen Ciao bis zum nächsten Mal seht ihr ernsthaft tschau 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 tschau